Ich eröffne die Fahrtarmee mit einem musikalischen Bonbon und damit unsere Idee besser zündet, auch noch mit einem Knallbonbon. Hüme von Rantz! 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 Grüß euch Gott! Alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander. Grüß euch Gott! Alle miteinander, alle miteinander, grüß euch Gott. Sie kommen grad aus dem Lande raus, hin und welt und rüber hinaus. Alles wird gern Zittern schlagen, gut nach frohen Menschen fragen. Und aus der Nacht sind sie alle da, grüß euch Gott. Alle miteinander, alle miteinander, alle miteinander, grüß euch Gott. Alle miteinander, alle miteinander, grüß euch Gott. Halt, wenn deiner sein Glück bei mir machen, wenn es der Richtige wär. Heute blüß dich auf lärische Sachen und vielleicht gar noch auf mir. Was ich selbst nicht weiß, was ich heut alles könnt. Hüssen wird, die Scheibe so heiß, dass im Moment alles verbrüht. Hüssen wird, dass ich selbst nicht weiß, was ich heut alles könnt. Was ich heut alles könnt. Was ich heut alles könnt. Man steigt nach, wo und wann, wie und wann, man nur kann. Man steigt nach, man steigt nach. Denn es nützt doch, nützt doch, nützt doch dann und wann. Ich lade sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein. Fräulein, Fräulein, zu einem Glas Sekt, Fräulein, zu einem Glas Wunsch. Sind wir erst allein, Fräulein, bei unserem Glas Wein, Fräulein. Und wenn es uns schmeckt, Fräulein, geht alles nach Wunsch. Die Teller sind leer, Fräulein. Jetzt kommt das Dessert, Fräulein, dann noch ein Liqueur, Fräulein. Und was kommt nachher? Drum lade ich sie ein, Fräulein, zu einem Glas Wein, Fräulein. Doch über das Meer, Fräulein, spricht man erst nachher. Es gibt im Leben manches Mal Momente, wo man dies und das und jenes machen könnte. Mancher Mann, mancher Frau gefährlich ist, weil der Mann doch schließlich unentfährlich ist. Ja, ja, es gibt im Leben manches Mal Momente, wo man dies und das und jenes machen könnte. Eine Frau von Temperament, oftmals selber sich nicht kennt. Im Moment, im Moment, im richtigen Moment. Er klingt zum Nachtse die Geigen, wie das Blut, wie das Luft, wie das Geigen. Dann führe dein Mädels reigen, halt sie fest in dem Arme gesteckt. Küss sie und rüh sie im Kreise, zärtlich im Licht erscheint. Wer sich die Welt mit einem Donnerschlag erhoben will, er darf nicht warten, bis ein anderer vor ihm blitzt. Er muss den anderen hübsch gemütlich vor sich aufbauen und ihm ein Ding verpassen, das dann richtig sitzt. Doch wer sich ohne Donnerschlag die Welt da oben will, muss aufm Kieker sein und ganz verdammt gewiebt. Dann wird die ganze Welt, und wenn sie noch so groß ist, von diesem Mann so aus dem Handgelenk besiegt. Der eine tut dies und der andere tut das. Du bremst aber, ich geb lieber Gas. Wie man es macht, ist egal, ob mit Vorsicht oder Kraft, die Hauptsache, dass man es schafft. Wer auf der Kugelrundenwelt sich was erobern will, der muss drauf achten, dass er immer fester sitzt. Damit er nicht vor Torschluss noch hinten runterrutschen muss, wenn's hier auf Erden einmal donnern oder blitzt. Überein ist der Karneval, alles weit und weit voller Fröhlichkeit, alles tanzt und langt, alles Freude macht, eine ganze Nacht voller Kühler, um uns zu sein. Wenn die Hände wichtig, Gläser prinken soll man trinken, wenn die Musik spielt, heute zum Tanz, die aufs ganze Grund bilden uns das, bis zum Wissen sein und wissen, heut ist es egal, heut ist der Karneval. Überein ist der Karneval, alles weit und weit voller Fröhlichkeit, alles tanzt und langt, alles Freude macht, eine ganze Nacht voller Kühler, um uns zu sein. Karneval, Karneval!